Das heißt, sie werden die 10 Meter kriechend auf dem Boden wie eine Robbe bis zu diesem Luftschussbunker schaffen und an diesem Bunker in die Luft jagen. MG ist Feuer! Weiterschießen, weiterschießen, Dauerbeschuss! Tach, tach, ja, hab ich, tach, tach. Wenn die Kadetten an sie reingekommen sind, werden sie Bomben simulieren. Tach, 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 t Oh mein Gott, hier sind welche. Steck ein, schnell! Einsteig, schnell! Die Bullshit hier, steck ein! Ich habe unserer Mutter erzählt, dass du sie hier gebumst hast. Sogar. Das hast du nicht gekonnt. Das ist krass. Ich kann nicht. Das hat er tatsächlich nicht. Er hat nur gesagt, er hat nur unserer Mutter gesagt, dass er dich endlich mal besuchen möchte und mit dir in einem Bettchen schlafen möchte. Mehr aber auch nicht. Nein, ich habe sie gesagt. Ich habe sie wirklich gesagt. Und was hat sie dann gesagt? Die hat nichts gesagt. Die hat das gar nicht verstanden. Sie wollte das. Die hat das gar nicht verstanden. Die hat das gar nicht verstanden. Kato, wie kann ich hier ein bisschen so schießen, guck mal, wie kann ich schießen, jetzt schnell, erschieß dir mal bitte schnell, lass mich mal schießen, Bruder, ich weiß ganz selber nicht, Bruder, ich hab RP nie gespielt, du machst auch Spaß, Bruder, der krabbelt der, Bruder, wir haben nie RP gespielt, warum krabbelt der aber, ey Bruder, der sagt Schiff, du bist Streamer, ja, aber ich stream kein RP, Bruder, knall den mal ab, jetzt reicht, knall den ab, wer ist das überhaupt, hey Bruder, langsam, hey Bruder, chat, wer ist das, wer ist das, linke Maustaste, Uello, wie steht der auf, Bruder, der furzt mich hier in mein Gesicht, Bruder, gimme mal, Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen, hab noch einen Ja, zwei Autos oben bei, einer bei, äh, links, Startspank, ein Auto fährt Startspank, hab noch einen, hab noch einen Ja, schade, Mann Peppy, gib mir, gib mir wieder die Waffe Ich geb's dir, warte Die Waffe habe ich gesagt, die Waffe, du kleiner Unartiger, du kleiner Ungefehlte, der Schein, die ich sie gebe. Was macht ihr, was macht ihr, was macht ihr mit der Eingemann? Hier ist doch die Waffe, Kreuzwerger. Ja, gibst du doch. Sie sehen nicht aus, Sie sehen nicht aus. Sie sehen, ob die Dame sich zu dem Zeitpunkt, als sie Ihnen diesen Befehl gegeben hat, ungefähr so angehört hat. Herr Soprano hat sich das ungefähr so angehört. Können Sie das bestätigen, Herr Soprano? Äh, nee, sie hat sich ganz normal angehört. Bitte was? Sie hat sich ganz normal angehört, wie eine normale Frau. Also so. Der Herr Hort ist informiert. Sehr schön. Das hört sich ein bisschen an wie ein Staubsauger. Ja, das hört sich an wie ein Staubsauger. Sie, Moment mal, Sie sagen, was Sie gerade gehört haben, ist ein Staubsauger? Ich konnte es nicht genau... Wollen Sie die Frauen damit diskriminieren, mit der Aussage? Können Sie es nochmal abspielen? Wollen Sie damit an, Frau, den Staubsauger? Ja, ich konnte es nicht... Können Sie... Nehmen aufs Mund und dann rede. Wollen Sie... Wollen Sie... Bruder, sagt er, der ist blöd. Ja, aber ich kann weg hier. Was? Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Du weißt gut, Bruder. Bitte ist dein Vater, du Hund. Oh mein Gott! Ja, was soll denn die Scheiße hier? Ja, was soll denn die Scheiße hier? Ich kaufte Scheiße hier. Hey, Merdick, Merdick, Bruder. Merdick. Genie, gefällt mir. Tut mir leid, es sitzt hier irgendjemand anderes drin. Ich brauche das Auto. Schnell, bitte, bitte. Ich muss... Du hast gar nichts. Das kann ein... Ach, trau ihn, trau ihn, komm. Das ist geil, Leute. Ey, fass uns schnell weg. Ja? Ja, gerade, rechts. Ey, der zu wär's so cool! Nee, der ist gar nicht. Er war so cool! Ich hab den Eli, ich hab den Eli! Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Discord, Ausrufezeichen. Der ist eingestellt, den brauchen wir. Meier, den will ich! Ich will den Meier! Geht das auf Stimmbänder? Ne Bruder, ich mach die Stimme schon ziemlich lang und ich hol die aus dem Magen, weißt du? Die kommt aus dem Bauch. Ich hab die Fahrer abgeknallt, fahr, 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 fahr! Schieß, schieß, schieß! Fahr, 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 fahr! Wir sind bald reich, baby! Lass uns probieren! Vorsprung! Die hat die Fahrer, fahr, 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 fahr